Er trauert der Ehe weiterhin hinterher, sie scheint jetzt schon weiterzuziehen, Amira Bocher trifft sich offenbar mit einem anderen Mann. Nur Freundschaft oder Liebe? Es war für viele ein Schock, als Oliver und Amira Bocher vor knapp acht Wochen ihr Ehe ausbekannt gegeben haben. Seitdem macht Olle kein Geheimnis daraus, dass seine Frau die Trennung wollte und er immer noch extrem an ihr hängt. Erst vor wenigen Tagen teilte er Bilder von ihrem Hochzeitstag und schreibt dazu, wenn dich dein Rückblick beim iPhone fertig macht. Alles Gute zum vierten Hochzeitstag. Und während er noch an seine Verflossene denkt, zieht die Offenbau schon weiter. Amira Bocher, was läuft da mit Björn Katilatu? Einen Tag nach dem Hochzeitstag saß Amira laut Bildinformationen bereits im Publikum für einen anderen Mann, Björn Katilatu. Er ist Motivationscoach, Podcaster und Autor und ist gerade mit seiner Live-Show Liebe. Liebe. Lache. Die Show für ein Leben voller Selbstliebe, Achtsamkeit und wahrem Glück auf Tour. Danach sollen beide in einem Hotel in Wien übernachtet haben. Kennengelernt haben sich die beiden laut Bild bereits im Februar, als Amira mit ihren Söhnen auf Bali zu ihrem Noch-Ehmann Olli geflogen ist. Ob daraus eine Freundschaft entstanden ist? Oder ob sie plötzlich doch Schmetterlinge im Bauch haben? Das wissen aktuell nur die beiden. Wie geht es Oliver Bocher, nachdem bekannt wurde, dass seine Ex Amira wieder verliebt ist? Einer Insidern sorgt sich um den Comedian. Oliver und Amira Bocher waren eigentlich unzertrennlich. Nach der Hochzeit folgten zwei gemeinsame Söhne. Doch jetzt ist alles aus und vorbei. Während Olli für ihre Liebe kämpfen wollte, hat sich Amira längst neu verliebt. Wie geht es Oliver Bocher? Gerade erst berichtete die Bild-Zeitung, dass Amira und Podcaster Bianca Tilatu ein Paar sein sollen. Für Olli dürfte die Nachricht sicherlich ein Schlag in die Magengrube sein. Er betonte in den letzten Wochen immer, dass Amira die Liebe seines Lebens war. Zu ihrem Geburtstag schrieb er ihr sogar eine herzzerreißende Nachricht auf Instagram. Ich habe es im letzten Jahr leider nicht geschafft, dir das zu geben, was du dir von mir erhofft hast. Irgendwann ist der Punkt gekommen, an dem du keine Liebe mehr für mich empfunden hast, schrieb Olli offen. Da habe ich als Ehepartner versagt... und Amira? Die schwebte zu dem Zeitpunkt längst mit Björn auf Wolke 7. Klar, dass sich alle fragen, wie Olli mit der Enthüllung umgeht. Man kann nur spekulieren. Man weiß, wie es ihm nach der Trennung ging. Er hat ja damals in dem Podcast gesagt, er wollte die Trennung nicht. Er hat dem Ganzen auch öffentlich hinterher getrauert. Er hat ihr letzte Woche noch zum vierten Hochzeitstag gratuliert bei Instagram und ihr sehr emotional zum Geburtstag gratuliert. Man kann da nur spekulieren, dass es ihm nicht so doll geht, erzählt RTL-Bomir-Expertin Steffi Bruns jetzt. Wenn dieses Gerücht stimmt, wird es sehr schwer für Olli. Selbst geäußert hat sich der Comedian nach den Schlagzeilen aber noch nicht.